Hallo, mein Name ist Jeanette Brandstetter und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie im Content Browser, also bei den Bibliotheken und Projekten des BIM Boosters, noch eigene Spalten hinzufügen können, um spezifische Suchkriterien festlegen zu können. Wenn ich im Register MUM auf die Bibliotheken und Projekte klicke, dann gibt es hier bei mir eine Spalte mit meinem Vornamen. Die habe ich speziell angelegt und in dieser Spalte habe ich die Möglichkeit, eben nochmal eigene Suchkriterien mit anzugeben. Also ich habe hier sowas mal vorbereitet. Wenn ich jetzt nur nach dem Filter, bei dem ich im Suchkriterium, also in der Spalte Jeanette angegeben habe, zeigt es mir nur noch ein paar wenige Bauteile an, aus diesen insgesamt über 13.000. So, und wie Sie selbst so eine Spalte anlegen können, um einfach noch ein bisschen spezifischer das Ganze für sich anlegen zu können, das zeige ich dann jetzt in den nächsten Minuten. Und als erstes klicke ich hier unten, da gibt es so ein Ordner-Symbol, da klicke ich einmal drauf und komme dann in den Ordner-Pfad von dem BIM Booster. So, hier klicke ich jetzt auf den Ordner-Pfad STD. Und in diesem Pfad gibt es eine Datei, die heißt std.ini. Und in diese werde ich jetzt reingehen. Die öffne ich einmal. So, und bei mir steht hier oben jetzt schon etwas, was bei Ihnen noch nicht vorhanden sein wird. Und zwar dieses DB Field, was in diese eckigen Klammern gesetzt ist. So, also wenn Sie das ebenfalls haben möchten, dass Sie eine Spalte hinzufügen und diese STD.ini offen haben, dann in die oberste Spalte einmal eine eckige Klammer öffnen und dann klein DB Field eingeben und dahinter dann direkt noch ohne Leerzeichen wieder so eine eckige Klammer zum Schließen. Und in der nächsten Zeile geben Sie nun ein Info 1, Gleichheitszeichen und dann den Namen, den Sie der Spalte geben möchten. Und das können Sie ebenfalls wieder, ich sage mal, beliebig oft machen. Ich werde bei mir jetzt eine zusätzliche Spalte hinzufügen und nenne die jetzt Info 2. Also immer dann, wenn ich eine dazu haben möchte, bekommt die eben eine fortlaufende Nummer. Also Info 1, Info 2, Info 3. Somit können Sie für Ihre ganzen Kollegen eben jeweils auch eine spezifische Spalte anlegen, falls dies gewünscht ist. So, nun mache ich ein Gleichheitszeichen und gebe dem Ganzen einen Namen, zum Beispiel JB und Mum. Also man kann das wirklich beliebig benennen, kann auch ein Leerzeichen dazwischen sein. So, nun speichere ich diese Datei, schließe und gehe wieder zurück in meinen BIM Booster, schließe den ganz kurz nochmal und klicke dann wieder auf Bibliotheken und Projekte. So, und die Spalte ist direkt da, die können wir aber noch nicht sehen, weil sie noch ausgeblendet ist. Und damit ich die einblenden kann, klicke ich hier in das Register Spalten und da habe ich jetzt JB Mum. Es kann auch manchmal sein, dass das bei Ihnen hier ganz hinten auftaucht, ist aber auch nicht schlimm. Also man kann das per Drag & Drop packen und einfach auch nach vorne schieben. Und sobald ich jetzt hier ein Häkchen reinsetze, sehe ich hier dementsprechend meine Spalte und kann jetzt spezifisch meine Sachen angeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache mal hier ein kleines Beispiel. Ich suche ein bestimmtes Fenster, nehme ich hier mal die Fassadenfenster, die ich zum Beispiel für mein Projekt XY brauche. Ich wähle die drei an, klicke dann hier oben auf dieses Pfeilchen, wähle mehrfach editieren und gebe eben ein Projekt XY. Projekt XY, klicke dann auf OK und dann steht es hier drin. So und wenn ich jetzt künftig danach suche, muss ich nicht mehr eingeben Fenster und nach diesen Fenstern suchen, sondern klicke einfach auf Filter Dialog, wähle hier an, stetige das Ganze und dann werden mir nur noch diese Elemente angezeigt. Genau. Und so haben Sie nun die Möglichkeit, sich selber Spalten anzulegen, diese spezifisch mit Suchkriterien zu füllen, um dann einfach noch schneller an Ihre Bauteile zu kommen. Also auch wenn Sie speziell was gebaut haben oder Sie haben eigene Bauteile, die Sie selbst gebaut haben und um die schneller zu finden, können Sie beispielsweise dann Ihren Namen angeben. Genau. Und dann wünsche ich viel Spaß beim Anwenden und Probieren und beim künftigen schneller Finden von Elementen.